ich grüße euch wenn ihr auch immer das video anschaut ja daher morgen das wort am sonntag ist die lange version weil es in dezember keins mehr gibt will ich euch nur sagen für mich ist der dezember dann so wo ich mich andere sachen widme wie zum beispiel adventskalender oder auch technischen sachen ja und für mich wird es wirklich der monat sein wo ich dann so ein endfazit mache und ja ihr könnt euch sicher wirklich sein dass das jahresende für mich heißt wir starten ins neue jahr und ja viele kennen sie ja schon die mich jetzt hier lang abonniert haben und ja ihr kennt euch hoffentlich mit aus und es wird hat so ein unboxing in it so sein dass der kanal mehr gefüttert wird und so viel kann ich euch verraten ich werde mir demnächst einen adventskalender besorgen dann werde ich dieses video abdrehen und ich denke das video wird es in sich haben und es wird auf jeden fall keine schnelle kiste werden und ich kann euch wie gesagt nur sagen es wird schön werden und in diesem sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen samstag egal was ihr auch macht ihr seid die besten menschen sei es darum ob ihr schätze findet oder sucht sei es darum ob ihr reist oder wandert es ist egal ihr seht die besten schön samstag und tschö